Hallo, ich bin Julia. Hallo, ich bin Yannick. Wir grüßen unsere Mannschaft und unsere Eltern und unsere Geschwister und hoffen, dass Gladbach 3-0 gewinnt. Wir wünschen ihnen viel Glück und wir wollen halt, dass De Jong sehr gut wieder spielt, wie dem Letz. Und wünschen Gladbach sehr viel Erfolg. Oder vielleicht auch 4-0. Wir finden halt schade, dass Marco Reus weg ist, aber trotzdem, wir leben weiter für Borussia Mönchengladbach.